Ein Jahr und drei Monate Haft auf Bewährung und eine dicke Geldstrafe. So lautete gestern das Urteil gegen einen 23-jährigen privaten Schatzsucher. Er hatte im Jahr 2013 den sogenannten Barbaren-Schatz bei Rülsheim entdeckt und erst nach Monaten weitergeleitet. Das Amtsgericht verurteilte ihn daher wegen Unterschlagung. Unser Reporter Frank Schumann findet, dieses Urteil war viel zu hart. Ein vielfach wertvolleres Objekt als den Barbaren-Schatz hatten 1999 zwei Schatzsucher in Sachsen-Anhalt ausgegraben. Die Himmelsscheibe von Nebra. Die Scheibe soll um die 6000 Jahre alt sein und einen Versicherungswert von 100 Millionen Euro haben. Die beiden Schatzsucher verkauften die Himmelsscheibe für 31.000 Mark. Der eine Raubgräber wurde dafür vor Gericht in zweiter Instanz wegen Hehlerei für sechs Monate, der andere zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Im Fall von Rülsheim soll es nun gegen den 23-jährigen Hobby-Archäologen eine härtere Strafe geben? Obwohl er kein einziges der 100 Pfundstücke verkauft hat und im Gegenteil den gesamten Barbaren-Schatz am Ende doch der Denkmalbehörde abgegeben hat? Hier stimmt etwas nicht, meine ich. Entweder war die Strafe in Sachsen-Anhalt viel zu gering oder die Richterin am Amtsgericht in Speyer und ihre beiden Schöffen liegen viel zu hoch mit ihrer Strafe. Mag sein, dass der junge Mann aus Speyer unter einer ziemlichen Geltungssucht leidet, wie sogar sein Anwalt zugibt. Aber seine kriminelle Energie liegt weit unterhalb dessen, was mit Gefängnis bestraft werden muss. Denn sind nicht auch die der Schatzsucher-Szene unversöhnlich gegenüberstehenden Archäologen eitel? Sie feiern dreimal in Rheinland-Pfalz mit Sekt und geladenen Gästen den Barbaren-Schatz in ihren Ausstellungen, den sie ohne den Hobbysucher nie hätten zeigen können. Und behaupten gleichzeitig, igittigitt, wäre der Schatz doch in der Erde geblieben. Der Anwalt des jungen Mannes aus Speyer vermutet bei dem Urteil einen politischen Hintergrund, um künftige Schatzsucher abzuschrecken. Da ist vielleicht was dran, denn nach der Urteilsverkündung beeilte sich die Justiziarin der Mainzer Generaldirektion Kulturelles Erbe, sich bei Polizei und Staatsanwaltschaft für die gute Ermittlungsarbeit zu bedanken. Im Übrigen, fürchte ich, wird der erhoffte Abschreckungseffekt zum Bumerang. Welcher überzeugte Schatzsucher wird nach dem harten Urteil noch etwas abgeben, wenn er es findet? Er wird sein Heil dann tatsächlich im Verbotenen, Verborgenen suchen. Von daher auf zur nächsten Instanz mit einem milderen Urteil. Viel zu hart ist das Urteil gegen den Sondengeher ausgefallen, meint unser Reporter Frank Schumann. Mit dem harten Urteil habe man an dem jungen Mann ein Exempel statuieren wollen, auf das Schatzsucher in Zukunft das Graben sein lassen. т Werden 4 4 5 5 5 6 6 Vielen Dank.